Hallo, wie ist der Martin von Money Monkeys? Ja, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 21.07. Und auch wenn das hier ein bisschen wackelig aussieht und nicht so aussieht wie als Helds, aber zack, der nächste Stein ist drauf und der DAX steht höher. Ja, und wieder ein Tag, an dem wir einen höheren Tagesschluss bekommen haben, nach einer Eröffnung, wo das wahrscheinlich nicht jeder gedacht hat. Also, dass der DAX dann da am Ende rausgeht, wo er rausgeht. Da hat er ordentlich nach unten gerumpelt. Wir hatten hier gesagt, die 12.08.10, da muss er drunter, hat er nicht hingekriegt halt. Doppelputen ausgebildet und ja, wir sagen im Dienst immer, die Knopperszeit. Montagsfrüh, halb zehn in Deutschland, das ist Montag so ein bisschen dann richtungsgebend und hat dann da oben ausgespielt, die Karte. Und das auch wieder bis zum Tagesende hin. Schön von 39 durchgezogen bis zum Schluss. Hat sich hier zwischenzeitlich so eine kleine, das sah es mal kurz wie ein kleiner Short-Squeeze, was wir hier gesehen haben, um die 12, nee 13, da muss ich wieder mit 1.000 anderen fassen, 13.40 rum. Der hat da so mal nach oben geprustet, das hatte schon so ein bisschen Short-Squeeze-Charakter. Also, das war eine kleine Volumenspitze, die da gesetzt wurde. Das ist so die Zeichen, dass da so die ersten Shorts halt die Nerven verlieren einfach, ne. Und ich glaube, das fehlt halt auch noch ein bisschen. Ich glaube, wir sind wirklich schon an dem Punkt, wo das soweit ist. Wir hatten das gestern gesagt, haben da ein bisschen den Vergleich gezogen zu denen, die hier noch alle wild kaufen und sehr hohe Kurse in Kauf nehmen. Weil die eben sich noch viel Rendite versprechen, haben das gegengelegt zu denen, die sehr aggressiv auf der Short-Seite gehen. Die sind sehr leise geworden jetzt. Also, gerade zum Montag sehr, sehr, sehr leise geworden. Ich will nicht sagen, dass das schon gereicht haben kann, um die rauszuhauen. Das glaube ich nicht, weil ich weiß zum Beispiel bei uns im Chat haben wir ja noch den einen mit seinem Short-All-In auf der 13.200. Da gibt es bestimmt auch noch einen, der hat noch einen Short-All-In bei 13.300. Ich weiß es nicht. Ich würde mir auch wünschen, dass sie das Glück haben und damit durchkommen. Aber ich sehe es halt einfach oft, dass das halt nicht klappt, ne. Und dass, ich sag mal, 19 von 20 halt sowas immer direkt in die Fresse geschlagen kriegen halt, ne. Also, so nach dem Motto, was machst du, so ein Schwachsinn, kommt der Mark und haut die eine runter. Und, ähm, das macht er so lange, bis entweder das Geld alle ist oder wenn man drüber nachdenkt, ob man nicht vielleicht ein bisschen anders rangeht ans Trading und an die ganze Geschichte. So, und, ähm, deswegen, wenn ich solche Leute sehe, dann weiß ich immer, okay, 19 zu 20, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er damit schief oder Bruch geht, ist so hoch, dass ich mich sogar hinstellen kann und sowas sagen kann. Ja, weil ich einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit habe und nichts anderes ist es, was wir beim Trading nutzen, hohe Wahrscheinlichkeiten. Na, das machen wir mit der Chartanalyse ja nicht anders. Also, was ich sagen will, nach oben kann da ein bisschen was kommen. Sollte man zum Dienstag einplanen, kann die 13.130 werden und die sollte man aufpassen, weil es kann im Stoß sein, dass er die 13.200 oben auslässt. Also, gerade Dienstag, Turnaround, Tuesday, ähm, ich, ich finde, es ist kein Grund, um jetzt zum Dienstag einfach Short reinzulegen und zu sagen, boah, der muss jetzt hier runter und Turnaround und der knallt jetzt hier alles wieder zurück. Da wäre ich sehr vorsichtig mit, aber Dienstage sind halt auch, ja, die kontern halt gerne mal den Montag aus. Das sieht man immer wieder, deswegen heißen die ja auch dann Turnaround, also der Name kommt nicht von irgendwoher, das hat sich, hoch, das hat sich nicht irgendjemand mal ausgedacht. Wann haben wir denn jetzt hier? Wo ist der Dachs hin? Hier ist der Dachs hin. So, ähm, das hat sich nicht irgendjemand mal ausgedacht und, äh, dann hat es nie wieder jemand gerade gerückt, sondern das ist halt einfach so in Fleisch und Blut übergegangen, weil es immer wieder sich bestätigt hat, ne, weil es immer wieder bestätigt wurde und, ähm, deswegen an Gültigkeit besitzt. So, ich würde mal hier den Keil ein bisschen anders ziehen. Man kann auch, denke ich, von vorne ansetzen. Und, mir ist er jetzt hier aber wichtiger, das nehmen wir einfach mal so mit zur Kenntnis, denn es ist wichtig für uns, es ist wichtig wahrzunehmen, dass die, das Kaufinteresse steigt, aber dass oben das Niveau offenbar auch als attraktiv zum Verkaufen interpretiert wird. Also, hier oben gibt es Leute, die verkaufen halt, ne, auch wenn man es nicht merkt, so weil der gesamte private Sektor auch wie gefühlt nur kauft, gibt es Leute, die kaufen. Die sorgen dafür, dass der Markt nicht einfach nach oben explodiert, sondern solange er immer auf der Stelle steht, bis genügend Volumen eben wieder umgesetzt wird. Dann lässt man wieder ein Stückchen weiter höher und setzt dort wieder die ganze Zeit Volumen über. Ähm, ich habe früher immer gesagt, das sind die Großen, die dann dort abstoßen, aber das ist natürlich, das ist halt einfach bloß so doof dahergelabert, äh, wie die Leute, die sich bei NTV hinstellen und sagen, sie wissen, warum der Markt heute das und das gemacht hat, ne, es ist einfach eine Vermutung. So, deswegen, ich will das nicht sagen, wer hier was gekauft hat, weil ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kenne doch die Leute nicht, die da handeln, ne, warum soll ich mir da ein Urteil erlauben können, wer die sind. Ähm, und deswegen nehmen wir das einfach so zur Kenntnis, es gibt hier Leute, die abstoßen und das sorgt dafür, dass der Markt eigentlich so ruhig ist, da nicht eben, äh, nach oben explodiert, weil das Kaufinteresse so gigantisch ist. Aber, also wir haben jetzt hier die, 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 äh, Channelkante, die liegt bei 13,1,30. Ne, nein, 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 verkehrt, das ist keine Channelkante, das ist eine, ach, komm, jetzt fehlt es mir, Keilkante. Ja, es ist ein Keil. Ähm, sollte der DAX hier dran bersten, am Dienstagfrüh dran schlagen, 13,1,30 und eine Rottstundenkerze nach unten stellen, dann hat er die Option, Rücklauf zu bringen. Rücklauf heißt jetzt, von oben auf die 13,15 bis 13,80 oben drauf. Von dort kann der DAX bereits wieder nach oben aufdrehen, ja, kann sich hier wieder hochdrehen und, ähm, kann sich hier wieder hochdrehen und dann Richtung nochmal 1,30, 13,1,60, um dann später ruhig die 13,200 vielleicht noch anzulaufen. Das wäre, sag ich mal, so eine halb-bärische Variante, weil dann hätten wir auf jeden Fall einen dritten Kontakt oben auf dem Keil, das ist gut, das wäre auch wichtig. Und wenn er das hat und er fällt, lässt sich dann runterfallen, hätten wir hier dann durchaus mal die Chance, auch diesen Keil zu zerbrechen. Und nachhaltig auch mal ein bisschen tiefer rauszukommen. Ähm, wenn er mit dem sauber spielt, sollte er den aber kaputt machen, sollte er einfach drüber hinweglaufen, wie als gibt's den gar nicht. Und damit muss man rechnen. Dann 13,200 direkte Anlaufstation und, so vom Gefühl her würde ich sogar eher sagen, die 13,300. Ne, da liegt dann diese große Gap-Kante, die wir am Tagesschart haben, die wäre dann erreichbar. Das heißt, ich würde für den Dienstag, ich würde für den Dienstag jetzt vielleicht so ein kleines Szenario so hier aufsetzen, dass wir sagen, hier einmal runter und dann wieder hoch, äh, dass er da oben noch dran macht. Wie kriegen wir das jetzt gemalt? Ne, vielleicht so hier oben dran. So oben dran. Und dann einmal runter auf die 13,15. Auf die 13,15 bis 12,89 von oben. Das ist eine schöne Long-Marke. Und an der können Sie auch dann schön sehen, wie intakt ist der Rent noch, ne? Wie jetzt hier die 12,18, wo er einen Doppelbutten einfach gebaut hat, ne? Ne, da können Sie das schön dran sehen, wie stabil und wie stark ist denn der Markt. Sollte er von dort nämlich einfach wieder nach oben drehen, ist er stark, ist er stabil und kann hier weiter hochlaufen, ne? Dann kann er hier weiter Richtung 13,200, 13,300 laufen. Sollte er hier aber nach unten durchbersten, würde ich ihm Platz bis 12,900 geben. Ne, also, da kann man, den kann man ruhig hier so ein bisschen höher ansetzen, bis 12,900 und an der 12,900 müsste sich dann zeigen, wie viel Schwung, wie viel Motivation ist drinne, um wieder nach oben zu drehen. Aber er wird sich dann damit rechnen, dass er, dass er, dass er hier unten nochmal Richtung Keil kann, das nicht probiert. Das wird natürlich jetzt langsam eng. Wir, wir sehen ja auch, die Volatilität wird immer geringer, ne? Kann ja sein, dass wir dann eine Zeiteinheit mal runterschalten müssen. Aber ich denke, Sie verstehen, worauf ich hinaus will, ne? Wir haben eine Unterstützung bei 13,15 bis 12,980. Die kann er oben halten. Unten ist mir die 12,900 sehr wichtig. Also geht er auch unter diese Unterstützung bei 12,980. Kann ich mir gut euch das vorstellen, dass wir bis, bis 900, bis 9,20, 9,20, 9,100 runterdrücken. Ja, also das vielleicht hier sogar ein bisschen höher. Und zieht er von dort wieder massiv an. Kann er direkt bis zum 9 hoch. Zieht aber nicht massiv an. Macht es nur komisch zur Seite und kippt zum Dienstagnachmittag nochmal nach unten. Glaube ich, kommen wir sogar unter die 18. Ja. Ähm, deswegen die Dienstag nicht so ganz, ähm, nicht so ganz abtun. Also Turnaround, Tuesday, wie gesagt, kommt nicht von irgendwo her. Aber bitte auch abwarten. Wenn der hier oben dran geht und der geht da oben drüber, da mache ich keinen Spaß, ne? Dann ist das, das ist auch ein Übertreibungszeichen. Und dann kann unser Darks einfach oben rausfeuern, ne? Das heißt, wir können das hier einfach mal mit oben dranmalen. Und dann machen wir hier ein, zwei Pfeile noch mit dran. Wow. Ah, ich glaube, wir müssen dann wirklich wieder eine Zeiteinheit mit runterschalten, dass wir auf einen kleineren Timeframe übergehen. Das wird dann doch sehr kleinteilig jetzt hier langsam. Aber es ist halt auch nicht mehr so viel Bewegung. Also ich kann Ihnen jetzt hier keine 500-Punkte-Bewegung reinzeigen, wenn der Dax nur die paar Popelpunkte am Tag macht. Nein, das war die falsche. Das war auch der falsche. Warten Sie, ich habe ihn gleich. Der hier ist es noch. So, kriegen wir es jetzt noch hin hier. Letzte Pfeile. Und dann haben wir das nämlich hier im Kasten. Dann können wir hier zumachen. Und ich denke, dann sind sie ganz gut gebrieft für morgen. Also, übertreibt der Dax. Steigt hier oben drüber weg. Will mich aber auch veralbern hier. Steigt hier oben drüber hinweg. Ja. Die 13.200 und die 13.300 dann erreichbar. Und darüber hinaus ist halt nach oben auch durchaus Potenzial noch offen. Ja, auch hier in der 4.45. Wenn er übertreibt, dann übertreibt er. Punkt. Drückt er sich von der 13.130 weg. Startet tief. Wie gesagt, die 13.15, 12.89 im Blick behalten. Darunter wird es ein bisschen kribbelig. Aber der kann von 13.15, das ist eine wichtige Longmark. Der kann auch gut nach oben wieder ziehen halt. 13.15, 12.80 kann er gut nach oben ziehen. Und damit haben wir eigentlich die wichtigen Punkte soweit im Blick. Dann können wir das hier vielleicht ein bisschen aufziehen noch. Dann haben wir das ein bisschen mehr im Fokus. Wir holen uns mal hier oben die wichtigen Sachen noch mit ran. Und ja, so würde ich sie jetzt in den Dienstag, denke ich, gehen lassen. Wie gesagt, ich würde unterhalb, ich würde es abwarten, bis er richtig wegkickt. Oder fette roten Kerzen hier von 1.30 wegwirft. Also nicht jetzt pauschal einfach Short rein. Dafür ist es zu stark halt, ne? Also werden sie nicht glücklich. Zumindest nicht, wenn sie zu viel wollen. Von daher, ich werde halt abwarten, wie er sich hier schlägt. 13.1.30. Ich könnte mir das gut vorstellen. Und dann können wir das zumachen. Ansonsten im Tagesschart, der bestätigt so ein bisschen das, was wir die letzten Tage immer wieder gesagt haben. Wenn der Dax da oben aus dem Band rausgeht, kann er auch weit laufen. Wir haben sogar gesagt, hier unten, als wir hier standen, der kann bis zu 1.000 Punkte oben rauslaufen. Weil, als wir das letzte Mal oben aus dem Band rausgestiegen sind, sind wir 2.000 Punkte rausgestiegen. Also von 11.000 bis 13.000 an einem Stück. Und das innerhalb von zwei Wochen, Freunde. Das war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Handelstage. Das sind nicht mal zwei Wochen. Na gut, machen wir die 10 noch hier dazu. Dann sind es auch wirklich 2.000 Punkte. Und der Dax ist wieder am Band oben raus. Nach einer langen Seitwärtsphase. Nach einer deutlichen Verengung der Bänder. Das muss nicht wirklich... Der kann auch eine schnelle Konter hinsetzen. Und die Bewegung unten rausziehen. Aber solange er die grünen Kerzen hier oben stellt, muss man ihm im Zweifel jetzt erstmal den Raum oben auch zusprechen. Und genehmigen. Das erzählen wir jetzt schon seit drei Tagen. Und jetzt Stück für Stück kämpft es sich halt auch immer weiter. Ich habe weiterhin hier ein bisschen so ein... So mit einem Auge gucke ich immer wieder auf diese Gapkante hier bei 13.300. Das ist was, was unser Dax gerne macht. Na, haben wir gestern auch schon gesagt. Das ist was, wo der Dax gerne dran reagiert. Die 13.300. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass er da mal dran puncht. Und sich von dort deutlicher wegdrückt. Aber auch das abwarten und angucken. Nicht, dass sie hier so eine lange Tageskerze hingestellt kriegen. Die plötzlich bei 13.650 steht. Und die haben 500 Shorts da drin aufgebaut. Und wissen nicht mehr, wo morgen die Sonne scheint. Weil dann macht er am nächsten Tag, wenn er 600 Punkte hier... Oder sagen wir mal 400 Punkte am Tag nach oben drückt. Wird er wahrscheinlich am nächsten Tag nochmal so eine Kerze hinterher ziehen. Und von daher auf der Oberseite ist es halt stabil momentan. Es ist halt auch nicht so schwer halt. Und da pyramidisieren bestimmt auch einige ihre Futures hier auf. Weil sie denken, dass der jetzt nach oben raus noch ein bisschen platzt. Also ich bin da gespannt, wie sich das entwickelt. Zum Dienstag muss ich schon sagen, eher die Tencent ist es weiter aufwärts. Der Trend ist intakt. Solange wir hier keine rote Tageskatzen auch auf Tagesebene sehen. Brauche ich da auch erstmal nichts weiter sagen. Turnaround Tuesday ein bisschen im Ohr behalten. Ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber trotzdem deswegen bitte nicht gegen den Markt stellen zum Dienstag. Sondern höchstens dann, wenn er auch eine Umkehr zeigt. Gut. So kann ich sie in den Tag lassen. Wünsche ihnen viel Erfolg. Gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Tschüss.